Die Angst des Kaisers vor dem ersten Spiel war mit diesem Tor endgültig verflogen. Und auch die Tifosi Dedeschi, die Deutschen, feierten. Die Interfans wussten, was sie ihren Tifosi schuldig sind. Nach Matthäus' ersten Tor das 2 zu 0. Eine Produzione italiana. Mit deutscher Präzision. Andreas Brehme und Jürgen Klinsmann.